Musik Musik Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMC2 mit mir, den Seewittal Let's Player. Wir fahren heute die Linie 86 nach Stadthausbrücke von Hochgeberweg, oder so, Hochgeberweg, Hagenbeckerweg, so, mit den O530 UE Euro 3. ZF-Getriebe, mit der Almex, mit den Almex-Drucker, danke ich dir, Jerome, er hat mir den da reingemacht und finde ich ganz gut. Ja, NoNote-Link ist in der Videobeschreibung unten, und dann setzen wir uns mal rein. Ja, so sieht es aus. Ne? Schön außen schwenken hier. Ja. Und ja, wartet mal kurz. So, und ja. Wir haben noch eine Minute sechs. Und werfen wir mal die Kiste an. Huch, passt nun los. So. Hier will wohl keiner mit. Aber wir haben noch eins, drei, warten wir noch mal kurz. Ein schönes ZF hier. Warte mal. Richtig schön gemacht. Ja, auf dieser Linie passt der Bus nämlich über Land, ne. Und deswegen habe ich mir ihn ausgesucht, weil er ein schöner Bus ist. Und ihr hört bestimmt wieder die Vögel, ne. Keiner mit hier. Also wir fahren mit dem Bankendorf Repaint. Und beim nächsten Mal ist der C2 aus den Gladbeck Add-On dran, den wir fahren. Danach vielleicht den Scania Citywide. Guckisch, ne. Und dann fahren wir hier ab. Die Linie wurde von Omsi Annie gewünscht. Bin ich auch nachgegangen, ne. Habe ich mich in den vorherigen Let's Play verwechselt, dass wir die Linie 38 oder so fahren, habe ich mich verwechselt, auszusehen. Und ja, kann aber auch passieren. Das war jetzt ziemlich wahnsinnig wahnsinnig wahnsinnig. Das war jetzt ziemlich wahnsinnig wahnsinnig. Wie geht es? Mildian's Straße. So, kommen Sie rein. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. 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 Jetzt müssen wir hier links rein. Ja, was gibt es sonst neues? Danke an 190 Abonnenten. Und danke für den coolen, also geilen, naja, schönen Support, den ihr mir gegeben habt, an dem letzten Video, als wir U405 gefahren sind. Mit dem Sound-Update bedanke ich an euch. Na, ihr seid gut. Guten Tag. Guten Tag. Hier haben wir mal ein Licht drin machen. Ah, hier ist auch immer noch scheiße. Hier ist wieder ein Steig, der weiß ist. Wir wissen nicht, woran das liegt bei mir. Das ist komisch. Hallo. Hallo. Guten Tag. Die Heizung ist um 15 Grad getrunken. So da haben wir sehr immer gut. Aber wenn der Mann das will, oder wer das auch war, dann machen wir mal die Heizung ein bisschen ran. Haben wir dafür auch die Dachlupen aus. Ja, wir müssen hier ran. Oder? Ja. Ne, dass wir uns hier verfahren. Der ist ein bisschen scheiße. Hüttenstraße. Ködeltstraße? Ne, Hüttenstraße. Ich hab Ködeltstraße verstanden. Kommt keiner, kann so laufen. Was ist das denn? Hat er wie blinkt mit, wenn ein Kinderwagen gedrückt wird, oder was? Was ist das? Er war ein document? Oh. Das ist das die Dachverläuter. Okay, hier ist es da für das. Wir sehen die Dachverläuter. Diese sind in unser Leben, deine Dachverläuter, und dass ihr in die樹aufläuter geht, dass ihr eine Dachverläuter werdetst. Und wir werden auf jeden Fall auch noch Solaris fahren, weiß aber noch nie wann, erstmal ist der C2 in der nächsten Folge dran, der von Dingens gewünscht ist. Und ja, haben sie Texturnachladen hier, der Steig ist auch weiß, komischerweise, aber da gegenüberliegen wir nicht. Guten Tag. Hallo. 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 Guten Tag. Guten Tag. So, wir müssen nach dem Dingens rüber. A.D. im Rot, dann können wir fahren. O.A.W. O.A. Ah man, Fried, hat die Mauer zu mir gehört. Und hab der ordentlich mein Vatertag gefeiert, also wir waren abends noch Flaschen sammeln, haben einen ganzen Fahrradanhänger vollgekriegt, einen ganzen Fahrradkorb, ich und ein Freund waren noch 22 Uhr so Flaschen sammeln hier in Horst, in Horst am Ende, und ja, hatten wir ganz schön viel Glück, dann hatten wir noch eine Bierkiste gefunden, die war noch halb voll, also da waren viele Flaschen voll drinnen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Hallo. Ich kann ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gemacht habt. Wir sind auch noch ganz viel Fahrrad gefahren, in den Tagen ja. Das ist jetzt Forsterstraße. So, die Linie 86 einmal gerade über den Kreisel. Das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Wir müssen hier rechts, weil Busse frei ist hier. Da kommt keiner. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Alle sagen mal heute hallo. Das hatte ich lange nicht mehr im Augenblick. Dieses ZF Miu. Greslauer Straße. Den No-Note pack ich heute auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Es sind zwei Versionen. Einmal mit einem anderen Ibis hier vorne. Hallo. Hallo. Und das andere Ibis ist halt anders. Es ist größer irgendwie. Ich weiß auch nicht wie man sagen soll. Ich weiß grad nicht wie das heißt. Und ja, guckt es euch an. Ich pack den Post in der Videobeschreibung. Und ja. Ich weiß nicht. 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 Aber man hört es nicht. Wo müssen wir lang? Alle Linien. Oh, da kommt ein Auto. Das ist auch ein Kreisfahrer. Ich bin da am Bahnhof. Wo müssen wir halten? Müssen wir hier rein? Ja, alle gehen. Ah, hier. Hallo. Nee, Hagenbecker liegt. Ja, eine da vorne. Hallo. Hallo. Warten wir ein bisschen am Bahnhof. Müssten wir ein bisschen warten. Ja, da kommen noch welche. Hallo. Hallo. Oh, diese Verfrühungen, wenn man Gas gibt, ey. Aber man kann es halt nicht ändern, ne? Irgendwann, warum setzt du dich nicht gegen diese Plätze frei? Oder da, oder? Oder auch. Da gibt es doch gar nicht. Doch, da war doch. Ja. Fangen wir ab. Ja. Wo müssen wir lang? Rangenbecker Straße müssen wir da vorne. Ah, geradeaus. Anschein geradeaus. Schau aus. Bahnhofstraße. Wir haben sie jetzt kurz AI nachgeraden, komischerweise. Wir sind ja auch schon fast am Ende, hier sind ja nicht mehr viele. Stadthausbrücke, so. Und Greenhawel. Oh, was ist das? Wir sind jetzt ja auch rechts hoch. Ja gut, ob sie. Sie können nicht weiterfahren. Da fehlt noch viel. Außer wenn es jetzt nur lag geht. Naja, dann sehen wir uns gleich wieder. Wartet kurz. So, da sind wir zurück. Omsi hat das Stück jetzt geladen. Keine Fahrgäste zwar, aber naja. Wie es Omsi halt will. Wir müssen gerade auch so weiter. Das war ein bisschen scheiße jetzt. Omsi, Omsi, Omsi. Müssen wir Omsi auch noch ausschimpfen. Oh, ich auch. Ich fahr. So, was sagt er hier? 1, 2, 1, 8. Hallo. Dann warten wir noch mal kurz. Das ist ein bisschen scheiße gelaufen, würde ich sagen, Leute. Ja könnte. Mann 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 Mann. Omsi. Wie mit dem Bahnsteig hier. 1, 3 dann noch mehr zu. Da kommt keiner. Jena Straße. Jena Straße. Das habe ich bestimmt auch wieder festgestellt. Ist der Netz hier ausgestiegen? Nicht sie, sie kam von vorne, glaube ich. Weiß es gar nicht. Auf jeden Fall auch sehr schön gemacht hier mit den Türen. 1.3, dann fangen wir los, ne. Alle Linien hier. Steckesstraße. Steckesstraße. So. Dann werden wir hier noch raus. Weiter fahren. Ja, dann sind wir jetzt auch schon gleich an der Endhaltestelle. Ich hoffe es hat euch auf jeden Fall gefallen. Von der Amsi Ali wurde die Linie gewünscht. Und ich bin so gefahren. Stadthaus. Zweite Stelle. Nächstens fahre ich wieder Auto. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Lasst einen Kommentar da. Teilt dieses Video mit euren Freunden. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Schöne Feiertage. Na ja, Feiertage haben wir jetzt schon vorbei. Und ja. Haut rein. Tschüss. Ich bin jetzt mal rauskuchen. Untertitelung des ZDF, 2020